Servus, wir wollen euch heute von MK Angelsport die XXL Cup Cradle vorstellen. Wird schon in eine super Tragetasche geliefert und jetzt schauen wir uns das einmal an. Also, so schaut dann die Cradle im aufgebauten Zustand aus. Oben drüber ist die Plane mit einem Gummizug, der geht rundherum, kann man schnell drauf machen oder wieder abnehmen. Ist halt super, wenn ein Fisch drin liegt, dass man den ein bisschen abdecken kann, dann kann da schon mal nichts passieren. Wir haben sechs höhenverstellbare Schlammfüße, wie bei der Liege, also wirklich super auf jedem Untergrund, egal ob uneben oder ein bisschen barzig. Und wenn man größer ist, so wie ich, kann man die ganze Cradle einfach ein bisschen höher stellen, dann hat man mit dem Kreuz nicht so Probleme, wenn man den Fisch dann aus der Matte nimmt. Wir haben links und rechts zwei Gitter, dass das Wasser schön abschließen kann, rundherum gepolstert und was ich super finde, unten die Zwischenfüße zwischen den Beinen, die sind richtig tief, das heißt, wenn der Fisch springt oder schlägt, der kann sich da eigentlich nicht verletzen. Man kann die komplette Polsterung abnehmen. Und was ich einfach, Oberhammer, finde, das Ding wiegt so gut wie gar nichts, ist wirklich super leicht und alles im Allem ein super Cradle. Also, ich glaube, es wird auch weiterholt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.